Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Video, das sich mit der Frage beschäftigt, ob wir heutzutage alle viel zu viel Zucker, Schrägstrich zu viel freiem Zucker in unserer Ernährung haben. Falls du den ersten Teil von dem Video nicht gesehen hast, den verlinke ich dir nochmal und ich schreibe dir auch unten nochmal den Link in die Kommentarfunktion, da kannst du sie nochmal anschauen. Im ersten Video ging es ja grundsätzlich um die Frage, essen wir alle viel zu viel Zucker, haben wir zu viel freien Zucker in der Ernährung und ich habe eigentlich versucht es so darzustellen, ja es stimmt, wir essen zu viel freien Zucker, zu viel Einfachzucker. Der Zuckerkonsum hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten deutlich erhöht. Ich habe die Statistik dort eingeblendet bzw. die Statistiken dazu auch in dem anderen Video verlinkt und gleichzeitig ist es ja aber auch so, dass sich das Bewegungsverhalten immens verändert hat. Wir bewegen uns heutzutage viel weniger als zum Beispiel noch in 1950er Jahren, wo die durchschnittlich zu Fuß zurückgelegte Gehstrecke am Tag für einen normalen deutschen zehn Kilometer betragen hat und heute ist es weniger als ein Kilometer. Dennoch habe ich in dem Video auch darauf hingewiesen, dass man meiner Meinung nach das nicht schwarz-weiß sehen sollte, dass man Zucker nicht pauschal als schlecht darstellen soll. Klar, zu viel Zucker ist ungünstig, weil er einfach letzten Endes immer einen Insulinausstoß erzeugt, letzten Endes ja den Körper krank machen kann, Typ 2 Diabetes erzeugen kann. Aber es ist ja auch so, wann ist es zu viel und für wen ist es zu viel. Es gibt ja auch Situationen, da ist es ganz sinnvoll, schnelle Einfachzucker zu benutzen. Beispielsweise wenn man eine akute Unterzuckersituation hat, ist es medizinisch sinnvoll oder auch wenn man einen intensiven Sport gemacht hat. Beispielsweise Leistungssportler nutzen ja auch ganz einfache Zucker in ihren Glucoselösungen während des Radsports oder ähnliches. Also nicht so viel schwarz-weiß denken, ein bisschen mehr darüber nachdenken, weil der Körper ja letzten Endes, das hatte ich auch im ersten Teil gesagt, alle Zuckerketten, egal wie komplex die sind, letzten Endes in die kleinsten Bausteine zerlegt. Und da möchte ich eigentlich heute weitermachen im zweiten Teil. Ich möchte heute mehr auf komplexe Zucker, sprich die langkettigen Kohlehydrate eingehen und möchte mich damit noch einmal auseinandersetzen und möchte auch hier ganz klar den Hinweis geben, auch das ist, obwohl man sie ja quasi immer als gesunde Kohlehydrate bezeichnet. Ein Problem, wenn wir davon einfach zu viel essen. Und das ist eigentlich so wie im ersten Teil. Zu viel ist immer dann gegeben, wenn wir es einfach nicht verarbeiten und wenn wir es nicht verbrauchen können. Nochmal ganz kurz, was ist der Hauptunterschied zwischen einem kurzkettigen freien Zucker, wie beispielsweise Traubenzucker oder einfachen Haushaltszucker oder wegen mir auch Honig beispielsweise. Das ist eine ganz kurze Zuckerkette, die schießt in das Blut hinein. Der Körper schüttet Insulin aus und kann letzten Endes sofort diese Zucker ohne große Verdauungsarbeiten aufnehmen. Bei einem komplexen Kohlehydrat, beispielsweise ein Vollkornbrot oder einer Kartoffel oder einer Nudel oder ähnliches, ist das etwas anders. Man isst dieses Kohlehydrat, man zerkaut das schön. Im Mund beginnt bereits die Verdauung der Kohlehydrate durch die sogenannte Alpha Amylase, das heißt bereits im Mund fängt der Körper an das zu zersetzen und dann geht das quasi in den Verdauungstrakt hinein und dort wird das Stück für Stück aufgespalten und zerlegt. Das heißt, das lange Kohlehydrat wird in seine kurze Kette zerlegt, bis es letzten Endes auch ein einfacher oder zweifach Zucker ist und dann einfach aufgenommen werden kann. Der große Unterschied ist dort die Zeit, das heißt der lange Zucker geht einfach gleichmäßig in den Körper hinein. Die kurzen Kohlehydrate schießen in das Blut, während die langen ins Blut tröpfeln und der damit verbundene ganz große Unterschied ist das Insulin. Wenn ich eine, sagen wir mal, ich esse 50 Gramm Kohlehydrate aus Haushaltszucker, also ich esse 50 Gramm Zucker einfach mit einem Löffel, dann ist der Zucker sofort da und der Körper braucht ganz viel Insulin und das gibt dann quasi eine Überreaktion. Esse ich 50 Gramm Kohlehydrate aus Vollkornbrot, dann ist der Zucker nicht sofort da, weil er langsam Stück für Stück zerspalten wird und deswegen gibt es weniger Insulinpeak in dem Moment und das ist gesundheitlich ganz klar ein Vorteil. Brauchen wir gar nicht drum herumreden, es ist besser langkettige Kohlehydrate zu essen als kurze. Was ist aber das Problem? Das Problem ist, dass wenn ich einfach grundsätzlich zu viele Kohlehydrate esse, auch gesunde Kohlehydrate, zum Beispiel Vollkornbrot, Nudeln, Kartoffeln, Reis, also komplexe, gute Kohlehydrate, wenn ich davon mehr esse, als ich sie verbrauche, wenn ich einfach mehr esse, als ich meinen täglichen Bedarf verbrenne, dann werden mich diese langfristig auch eher schädigen, als dass sie mir etwas nutzen. Denn der Körper macht aus einem Überschuss an Kohlehydraten immer in der letzten Konsequenz Depotfette. Der Körper verschwendet nichts, er benutzt es und er hebt es sich auf. Das hat der Organismus gelernt über Jahrmillionen in der ganzen Evolutionszeit. Wenn der Körper zu viel Nahrung hat, dann haut er das nicht einfach weg, der hebt sich das auf, der macht daraus Fett. Und deswegen haben wir auch ein Problem damit, auch gute, gesunde Kohlehydrate können, wenn wir davon einfach viel zu viel essen, Typ 2 Diabetes begünstigen. Das ist leider so. Wann ist es zu viel? Ja, auch da gilt wieder genau das Gleiche. Wenn ich Kohlehydrate esse, aber ich sitze den ganzen Tag und ich verbrenne sie dann nicht mehr, dann ist es zu viel. Wenn ich Kohlehydrate esse und ich bewege mich körperlich, dann ist es nicht zu viel. Dann verbrenne ich sie, dann brauche ich sie, dann kann ich sie essen. Ich möchte dir keine Schwarz-Weiß-Formel an die Hand geben, wie viel Gramm du essen sollst. Das bringt meiner Meinung nach nichts, sondern beschäftige dich ein bisschen damit. Du wirst herausfinden, wie viel Energie du vernünftigerweise brauchst. Das kriegt man schon hin. Wenn du dich fragst, dann schreibst du es in die Kommentare. Es gibt von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung die Ernährungspyramide. In dieser Pyramide wird empfohlen, wie die Ernährung aufgebaut sein soll. Das heißt, was die Basisernährung ist, was man ganz viel essen soll. Und je weiter wir nach oben in der Pyramide kommen, desto weniger von diesen Lebensmitteln sollen wir verzehren. Und wir sehen in dieser klassischen DGE-Pyramide, dass die Kohlehydrate, die sogenannte Sättigungsbeilage, ganz unten steht und das breite Fundament von dieser Pyramide bildet. Nun, diese Empfehlung ist lange her. Diese erste Pyramide gab es so in den 70er Jahren. Das Ernährungswissen, mit dem die aufgestellt wurde, stammt eigentlich auch noch aus den 50er Jahren. Das heißt, damals ist es so gewesen, dass körperlich gearbeitet wurde und man viel Wegstrecke zu Fuß zurückgelegt hat. Das heißt, der Körper hat diese Energie verbrannt und tatsächlich auch gebraucht und umgesetzt. Und deswegen ist diese Pyramide auch so aufgebaut, dass man viele Kohlenhydrate als Basis hat. Eine sogenannte Sättigungsbeilage. Jetzt hat sich heute unser Lebensstil, unsere Arbeitswelt sehr stark verändert. Und diese Sättigungsbeilage wird immer noch so viel empfohlen wie damals, aber wir verbrennen diese Kohlehydrate nicht mehr. Und deshalb ist es auch so, dass diese Pyramide der DGE ziemlich stark in der Kritik steht. Es gibt andere Pyramiden, die empfehlen viel mehr Fette, hochwertige Öle und hochwertige Proteine und viel, viel weniger Kohlehydrate. So, da streiten sich die Gesellschaften immer so ein bisschen, was nun richtig ist. Aber auch wenn wir jetzt nicht gucken, was die Gesellschaften empfehlen, wenn wir einfach nur mal überlegen, was brauche ich und wie viel Energie verbrenne ich wirklich, dann kommen wir letzten Endes auch zu dem Schluss, dass es nicht wirklich sinnvoll ist, wenn ich zum Beispiel eine Bürotätigkeit habe, ich sitze den ganzen Tag, dass es nicht wirklich zielführend sein kann, wenn ich morgens, mittags, abends immer nur Kohlehydrate esse. Weil letzten Endes Kohlehydrate sind nichts anderes als Brennstoff. Das ist für den Körper eigentlich wie Benzin. Und ja, wenn ich es nicht verarbeite, ich habe es jetzt ein paar Mal gesagt, dann wird mich das auf Dauer krank machen. Somit möchte ich eigentlich abschließen und diese zweier Videoreihe beenden, indem ich sage, ja, wir essen heutzutage in der breiten Bevölkerung mit Sicherheit zu viele Zucker. Aus meiner Sicht ist damit aber nicht nur der Haushaltszucker oder der einfache Zucker gemeint, wie man ihn beispielsweise in Süßigkeiten hat oder wie man ihn in irgendwelchen Speisen verwendet, sondern aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung in meiner Arbeit ist es generell so, dass wir eigentlich in der breiten Bevölkerung alle viel zu viel Kohlehydrate essen. Egal ob kurzkettige oder langkettige Kohlehydrate. Wir essen zu viel Kohlehydrate. Wir essen zu viel Brennstoff. Wir bewegen uns einfach insgesamt viel zu wenig für die Menge an Energie, die wir essen. Und deswegen ist das letzten Endes etwas, was Überschuss gibt, was Übergewicht erzeugen kann und was auch Krankheiten wie beispielsweise Typ 2 Diabetes oder einfach Entzündungen im Körper fördern kann. Die Lösung ist meiner Meinung nach relativ einfach. Und wenn man wirklich ein bisschen sich damit beschäftigt, kann man es auch wirklich gut umsetzen. Und zwar Kohlehydrate einfach intelligent einzusetzen und situationsbezogen einzusetzen. Ich hatte im ersten Video schon gesagt, wenn man einen Sport, ein Training gemacht hat, dann kann es durchaus sinnvoll und wichtig sein, kurzkettige Kohlehydrate zu essen. Deswegen auch die Gummibärchen, dass der Körper schnell die Regeneration einleiten kann. Und auch mit anderen Dingen kann man ja ganz gut haushalten. Wenn ich beispielsweise weiß, okay, ich nach dem Frühstück habe ich körperliche Arbeit, ich verbringe zum Beispiel den halben Tag mindestens im Garten und acker da richtig rum, dann kann ich ohne Probleme Kohlehydrate frühstücken. Ich werde sie danach verbrennen. Oder wenn ich weiß, dass ich ins Training gehe, dann kann ich vorher ohne Probleme Kohlehydrate essen. Die werde ich im Training ganz klar verbrennen. Das wird kein Problem sein. Wenn ich aber hergehe und ich weiß genau, dass ich eigentlich den ganzen Tag relativ inaktiv bin, als Beispiel, ich mache eine Reise, ich sitze den ganzen Tag im Zug oder im Flieger oder ich fahre mit dem Auto irgendwo hin, dann habe ich ja kaum Energiestoffwechsel. Ich verbrauche ja kaum Kalorien. Da brauche ich auch keine große Menge an Kohlehydraten zu essen an so einem Tag. Ich kann einfach viel weniger essen. Ich brauche weniger Energie. Den Energieüberschuss wird der Körper letzten Endes einfach aufheben und in Fett umwandeln. Und wenn du mit so einer Strategie etwas anfängst, die Kohlehydrate clever und intelligent in deinen Mahlzeitenplan einzubauen, da kannst du eigentlich alles essen. Da kannst du Süßigkeiten essen und Honig und kurzen Zucker und komplexe Zucker, wie du es einfach haben möchtest. Die Menge ist letzten Endes entscheidend. Das ist ja eh klar. Aber auch der Zeitpunkt ist wichtig. Man kann mit dem Zeitpunkt die Strategie auch für Kohlehydrate sehr gut steuern. Dieses Thema, dass man abends keine Kohlehydrate mehr essen soll. Das rührt übrigens genau daher. Wenn man nämlich abends eine große Menge Kohlehydrate isst, dann ist das bildlich gesprochen genauso, als würdest du den Tank richtig voll machen und danach machst den Motor aus. Das ist nicht wirklich sinnvoll. Also abends eine große Menge Kohlehydrate zu essen und sich danach ins Bett zu legen und von dieser Energie her nichts mehr zu verbrennen, das kann zu Problemen führen. Ich sage jetzt ganz bewusst kann, weil ich auch in dieser Situation nicht zu Pauschalisierung neigen möchte und nicht sagen will, es ist generell schlecht abends Kohlehydrate zu essen. Es gibt auch Leute, für die ist das sehr wichtig, weil sie sonst ein Schlafproblem kriegen. Das ist aber ein ganz anderes Thema. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dir was helfen und ich konnte etwas zu dem Thema Kohlehydrate gut, schlecht, kurze Kohlehydrate, lange Kohlehydrate aufklären und konnte dir ein bisschen was helfen. Schreib gerne deine Erfahrungen oder auch deine Fragen oder vielleicht auch deine Kritik, wenn du einfach ganz anderer Meinung bist, unten in die Kommentarfunktion. Ich freue mich von dir zu hören. Danke, dass du zugeschaut hast und bis zum nächsten Mal. Tschüss!